Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dividenden TV, dein Kanal für den langfristigen Vermögensaufbau. Mein Name ist David Lack und es freut mich euch heute zu einem neuen Video begrüßen zu dürfen. Und zwar geht es heute um die besten Industrieaktien, eine wie ich finde sehr sehr spannende Branche, die in keinem Dividendenportfolio fehlen darf. Ich werde euch in diesem Video zeigen, was verstehe ich überhaupt unter den besten Aktien. Die aufmerksamen Zuseher, die werden es schon wissen, da handelt es sich um Qualitätskriterien und dann natürlich stelle ich euch die 10 Aktien vor, die es eben in dieses Musterportfolio geschafft haben. Ich denke, da wird für jeden Dividendeninvestor das eine oder andere spannende Unternehmen mit dabei sein. Und ich weiß, bei einigen von euch sind die Industrieaktien auch etwas unterrepräsentiert im Portfolio. Also ich denke, da könnt ihr auf jeden Fall eine gute Inspiration finden. Und bevor es aber so richtig losgeht mit dem Video, noch ganz kurzer Disclaimer. Auf meinem YouTube-Kanal findet wie immer weder eine Anlageberatung noch eine Aufforderung zum Kauf statt. Beginnen wir mit den Qualitätskriterien. Das sind jene Kriterien, die von den Unternehmen zu erfüllen sind, um überhaupt in diesem Video dabei sein zu können. Und da wird eben auf verschiedene Punkte geachtet. Der erste Punkt ist mal Stabilität, Gewinn und Dividende. Warum der Gewinn? Ja, ganz klar, wenn der Gewinn nicht kontinuierlich steigt, dann kann auch die Dividende langfristig nicht steigen. Der nächste Punkt ist die Dividenden-Kontinuität. Also es muss seit mindestens 10 Jahren eine Dividende geben und diese darf auch nicht gesenkt worden sein in den letzten 10 Jahren. Als nächstes kommen wir zum Punkt Marktkapitalisierung. Wir wollen keine ganz kleinen Unternehmen da drinnen haben, sondern es sollte schon mindestens eine Milliarde Euro Marktkapitalisierung sein. Und dann auch das Thema Kursgewinn habe ich noch mit drinnen. Da geht es mir vor allem darum, dass es zumindest keinen Kursverlust auf die letzten 5 und auf die letzten 10 Jahre gibt. Und natürlich auch das Thema Verschuldung. Genauso wie bei Privatpersonen ist es auch bei Unternehmen sehr, sehr wichtig, auf die Verschuldung zu achten. Und deswegen habe ich auch nur Unternehmen dabei, die keine überhöhte Verschuldung aufweisen. Jetzt geht es aber auch los mit meinem Musterportfolio der 10 Industrieaktien und ich starte gleich mit dem ersten Unternehmen. Und zwar handelt es sich hier um A.O. Smith, ein US-amerikanisches Unternehmen, die im Bereich der Wasseraufbereitung und Erwärmung tätig sind. Also Boiler und so weiter werden da zum Beispiel hergestellt und verkauft. Und wir sehen, dass das Geschäft sehr, sehr gut läuft. Hier in grün in der Grafik vom Aktien findest du wieder der Gewinn eingezeichnet. Im Blau sehen wir die Dividendenbalken, die Jahr für Jahr sehr schön ansteigen. Also genauso soll das aussehen von links unten nach rechts oben. Sehen wir uns die Zahlen noch etwas genauer an. Dividendenrendite aktuell bei 1,53%. Dividendenwachstum auf die letzten 5 Jahre 8,23%. Auf die letzten 10 Jahre waren es sogar 16,77%. Eben im Bereich der Bauprodukte tätig und ein KGV von 21,4%. Somit eine Aktie für mich, die auf jeden Fall auf die Watchlist gehört. Und ja, vielleicht früher oder später gibt es da auch mal einen spannenden Zeitpunkt zum Einsteigen. Die Bewertung finde ich aktuell fair. Und somit werde ich mir das Unternehmen auch auf jeden Fall noch mal etwas genauer ansehen. Ja, kommen wir als nächstes zu einem Unternehmen, das ich schon länger im Portfolio habe. Es handelt sich um Union Pacific. Eine Eisenbahngesellschaft aus den USA, die das größte Schienennetz in ganz Nordamerika betreiben. Somit hat das Unternehmen natürlich auch einen irrsinnig starken Burggraben. Und kann da eigentlich nicht mehr verdrängt werden. Denn die Schienen, die gehören tatsächlich Union Pacific. Und ja, das brauche ich euch nicht erklären, dass das ein unglaublicher Burggraben ist. Ja, auch hier sehen wir ein sehr, sehr kontinuierlicher Gewinnanstieg. Wieder in grün eingezeichnet. Und auch die Dividenden, die werden Jahr für Jahr erhöht. Genauso soll das aussehen. Sehen wir uns die Zahlen auch hier im Detail an. Aktuell gibt es eine Dividendenrendite von 2,34%. Dividendenwachstum auf die letzten 5 Jahre 8,33%. Auf die letzten 10 Jahre waren es 11,43%. Und das KGV aktuell bei 21,2%. Somit auch hier aus meiner Sicht eine faire Bewertung. Kein Zeitpunkt, wo man jetzt unbedingt rein muss, weil das Unternehmen so ein Schnäppchen ist. Aber ja, mit einem 21er KGV liegt man ungefähr im historischen Durchschnitt. Ja, als nächstes kommen wir zu einem schwedischen Unternehmen. Und zwar zu Asa Abloy. Auch bei mir schon länger auf der Watchlist. Da geht es um die Themen Sicherheitstechnologien und Schließsysteme. Ja, zum Beispiel, wenn man im Supermarkt schaut, welche Türen da häufig verbaut sind. Dann sind das häufig welche von Asa Abloy. Und ja, ich denke, das ist ein sehr, sehr spannendes Geschäft. Man sieht auch hier, wie gut das Ganze funktioniert. Der Gewinn steigt Jahr für Jahr an. Genauso die Dividenden. Aktuell gibt es eine Dividendenrendite von 1,69%. Bei einem kräftigen Dividendenwachstum von 9,26% auf die letzten 5 Jahre. Und 11,26% auf die letzten 10 Jahre. Wie gesagt, im Bereich der Schließsysteme. Und auch hier finde ich ein angemessenes KGV mit 23,4%. Kommen wir gleich zum nächsten Unternehmen. Und zwar handelt es sich um Automatic Data Processing. Ja, auch ein Unternehmen, das ich im Portfolio habe. Gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Hier geht es um den Bereich der Personaldienstleistungen. Zum Beispiel Payroll, Benefit Administration oder HR Management. Und ja, ihr seht es auch hier wieder. Ich habe hier lauter Unternehmen in diesem Video mit dabei, die wirklich zeigen, wie starke Industrieunternehmen es eigentlich gibt. Vor allem für Dividendeninvestoren finde ich eine sehr, sehr spannende Branche. Und ihr seht es hier, wie in der Schnur gezogen geht da. Der Gewinn nach oben soll auch langfristig noch so weiter gehen. Die Dividenden werden auch kräftig gesteigert. Es gibt auch jetzt schon eine ganz ordentliche Dividendenrendite von 2,25%. Zweistelliges Dividendenwachstum und ein KGV von 27,1%, was ich für dieses Wachstum eigentlich auch noch in Ordnung finde. Ja, dann kommen wir als nächstes zu dem britischen Unternehmen Banzl. Banzl ist auch breit diversifiziert in drei Bereichen, hauptsächlich tätig. Retail zum Beispiel, da gibt es Produkte für den Einzelhandel. Healthcare, ja da wird zum Beispiel Schutzausrüstung hergestellt. Und im Bereich Safety, da gibt es auch verschiedene Produkte im Bereich der Schutzkleidung. Und somit auch ein sehr, sehr spannendes Unternehmen, was denke ich die wenigsten Anleger am Schirm haben. Aber hier sehen wir auch diese kontinuierliche Gewinnentwicklung. Nicht ganz so schnelles Wachstum, wie vielleicht bei ADP, was wir gerade gesehen haben. Aber sehr, sehr kontinuierlich, sowohl beim Gewinn als auch bei der Dividende. Aktuell gibt es eine Dividendenrendite von 2,34%. 6,83% Dividendenwachstum auf die letzten 5 Jahre. 8,03% auf die letzten 10 Jahre. Und in KGV von aktuell 18,7%. Ja, als nächstes kommen wir zu einem weiteren Unternehmen, das vielleicht nicht jeder am Schirm hat. Es handelt sich um Republic Services. Ich denke, das bekanntere Unternehmen aus dieser Branche ist vermutlich Waste Management. Das wäre der größte Konkurrent. Und Republic Services wäre sozusagen die Nummer 2. Die aber ähnlich groß sind und die eben auch in diesem Bereich der Abfallwirtschaft, was ja ein sehr, sehr spannender Zukunftsmarkt ist, tätig sind. Auch Republic Services ist meistens ambitioniert bewertet, ähnlich wie Waste Management. Aber ich denke, auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema. Und wir sehen es auch hier wieder. Ordentliche Gewinn- und Dividendenentwicklung. Aktuell gibt es 1,11% Dividendenrendite. Bei einem Dividendenwachstum auf die letzten 5 und auf die letzten 10 Jahre von ungefähr 7%. Im Bereich der Abfallentsorgung eben tätig und in KGV von 33,1%. Ja, die Bewertung ist auf jeden Fall ambitioniert für das Wachstum. Aber diese beiden Unternehmen, also Republic Services und Waste Management, die gibt es wirklich ganz, ganz selten zu Schnäppchenpreisen. Also irgendwann muss man dann die Entscheidung treffen, möchte man da mal eine erste Position aufbauen. Oder nicht. Ja, als nächstes kommen wir zu einem japanischen Unternehmen. Und zwar handelt es sich um Daikin. Daikin stellt unter anderem Klimaanlagen und auch Wärmepumpen her. Somit vermutlich einer der Profiteure vom Klimawandel. Aber auch vom Wohlstand der Welt, der immer größer wird. Und somit werden auch Länder wie zum Beispiel Indien immer interessanter. Und das Unternehmen versucht natürlich auch in diesen Märkten zu wachsen. Ich bin selbst auch in Daikin investiert, noch nicht sonderlich lange. Aber ich denke langfristig kann sich das auf jeden Fall lohnen. Hier sehen wir auch, dass sich der Gewinn ganz ordentlich entwickelt hat. Genauso auch die Dividenden. Aktuell eine Dividendenrendite von 1,07%. Zweistelliges Dividendenwachstum und ein KGV von 26,2. Als nächstes kommen wir zu einem weiteren US-Unternehmen. Und zwar zu Fastenal. Fastenal ist in dem Bereich Fastenals tätig. Und das heißt auf Deutsch nichts anderes als Verbindungselemente. Da gehören zum Beispiel Muttern, Schrauben und so weiter dazu. Also klingt eigentlich mal sehr, sehr langweilig. Aber das Geschäftsmodell ist auf jeden Fall spannend. Denn Fastenal stellt Automaten auf. Direkt bei den Kunden. Ähnlich wie Getränkeautomaten. Nur dass man da eben direkt die Produkte kaufen kann. Und das Geschäftsmodell funktioniert auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ihr seht es hier, wie der Gewinn wirklich angestiegen ist über die letzten Jahre und Jahrzehnte. Das ist schon beeindruckend. Auch die Dividende wird kräftig gesteigert. Es gibt auch heute schon eine spannende Dividendenrendite von fast 3%. Zusätzlich zum Dividendenwachstum, das eben deutlich im zweistelligen Bereich liegt. Somit sehr, sehr spannendes Unternehmen. Aus meiner Sicht aktuell zwar etwas ambitioniert bewertet mit einem 31er KGV. Aber das Unternehmen ist auf jeden Fall auf meiner Watchlist. Als nächstes kommen wir zum Industriekonglomerat Honeywell. Auch hier sehen wir eine kontinuierliche Gewinnentwicklung und Dividendenentwicklung. Das sieht auch sehr, sehr gut aus. 2,05% Dividendenrendite aktuell. Dividendenwachstum auf die letzten 5 Jahre von 5,8%. Auf die letzten 10 Jahre waren es sogar knapp 10%. 24,2er KGV aktuell. Und somit denke ich auch Honeywell eine Aktie, die aktuell fair bewertet ist. Ja und zu guter Letzt kommen wir noch zu Illinois Toolworks. Auch ein spannendes Industriekonglomerat könnte man sagen. Ich bezeichne es gerne als die kleine 3M. Mittlerweile passt diese Bezeichnung aber nicht mehr so gut. Denn Illinois Toolworks ist mittlerweile sogar größer als 3M. Und es läuft auch deutlich besser. Wir sehen hier auch eine sehr, sehr ordentliche Dividenden- und Gewinnentwicklung. Genauso soll das aussehen. Aktuell gibt es 2,38% Dividendenrendite. Bei einem Dividendenwachstum auf die letzten 5 Jahre von 6,95%. Auf die letzten 10 Jahre waren es 12,78%. Ja im Bereich der Maschinen tätig. Breites Produktportfolio gibt es da. Eben auch zum Beispiel im Bereich der Schweißtechnik sind sie aktiv. Und aktuell bewertet mit einem KGV von 23,2%. Ja und nun kommen wir zum Fazit des ganzen Videos. Wie hat das Portfolio gesamt abgeschnitten? Im Durchschnitt gibt es eine Dividendenrendite von knapp 2%. Das Ganze bei einem Dividendenwachstum auf die letzten 5 Jahre von knapp über 9%. Und auf die letzten 10 Jahre von sogar über 11%. Somit denke ich, dass für jeden das eine oder andere spannende Unternehmen mit dabei sein wird. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Und ob ihr vielleicht das eine oder andere Unternehmen bereits im Portfolio oder auf der Watchlist habt. Ja das war es jetzt mit meinen 10 Aktien. Und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und macht's gut.